Nächster Kandidat, Fetty. Oder doch nicht Fetty. Oben wieder Molly. Habe ich das richtig gesehen? Da rechts? Ne, ist ein Axtwerfer, ne? Oha, runter. Da links. Alter! Mann! Was soll denn... Alter, ne? Komm mal her, Spieleentwickler. Komm mal her. Ich entwickle ein Spiel, wo ich eigentlich 1000 Schuss brauche. Und ich gebe dir 5. Genau so ist es doch. Ja, genau. Komm. Fick mich ins Kani, Alter. Schuss. So, Nummer 2 Nummer 3 ist hier unten irgendwo gleich Da war er Alter Äh, eben Spritze reinpfeifen Pfeift die Nö Wir stehen, wir können uns nicht mehr duken Wir stehen da und lassen uns Komplett den Schaden reinballern Sag mal, haben die Gesoffen, gekifft und Was weiß ich nicht, für Drogen genommen Während der Herstellung oder was Alter So, du mal wieder auf die 2 Stich auf die 3 Von dir stellen wir Ich hab keine Ahnung, welchen ich herstellen soll Ist es Stell wie immer den her Dann haben wir den Molli Schlaufen und Spinner wieder So, oben brennt's Ich weiß auch nicht, wo die von oben her kommen Angeblich So, wo ist der nächste Molli-Werfer eigentlich Jetzt läuft der oben lang Und ist doch runtergesprungen Du dich So, haben wir's geschafft Oder willst du mir erzählen Jetzt kurz vor Ende Kommt noch irgendwo einer Und schmeißt uns ein Direkt auf den Schädel Nein, du steigst jetzt hier einfach auf Aua Wir gehen mal um die Ecke Ziehen uns mal ne Spritze rein Wir laufen hier einfach mal rum Ich trau dem Ganzen nämlich noch nicht Okay, wir scheinen Das hinter uns zu haben Wie sollen wir denn da rankommen? Wir können doch gar nicht springen Was soll denn das? Geh da ran Ich will die Munition da oben jetzt haben Ja, ist aber nicht Edgebash Darfst du dir die angucken Aber kriegen tust du sie nicht Ha, ha, ha Ja gut Es zieht uns weiter Oh Oh, 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 oh Wir müssen hier rauf Und bloß nicht ins Wasser Reden energy Come here Ha Gibt mir noch was? Cool Nein Gierig Geil Ah Der war fett Okay, aber noch ne Ne, wir haben keinen Spritze Scheiße Der war gut Der ist nicht gut Der ist nicht gut Erst das Heftchen Beziehungsweise Unser Tagebuch Seit dem Überfall Sind fast 6 Monate vergangen Mira und ich leben uns Woche für Woche Immer weiter auseinander Ich muss stark bleiben Aber es ist so leicht Meine Gedanken in Whisky zu ertrinken Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst Kann ich ihn in meiner Freizeit Achso, kann ich in meiner Freizeit tun Und lassen Was ich will Endlich hat sich Mira Mir gegenüber geöffnet Aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie Als zuvor Ich weiß nicht, was schlimmer ist Dass Mira ähnliche Paranoid wird Und ihr Verstand zu verlieren scheint Oder dass ihre Vermutung Das Feuer sei kein Unfall gewesen Wahr sein könnte Ich sollte ihr in Amsting vertrauen Aber wenn sie recht hat Möge Gott demjenigen beistehen Der dafür Verantwortung trägt Oh ja Sebastian Das Können wir nachvollziehen Okay, jetzt geht's Auf eine verrückte Art Weiter Ich verliere den Verstand Ja Da sind wir schon lange angekommen Ähm Vor allen Dingen Wir wachen momentan immer Im Bett auch Geht es Ihnen nicht gut? Schon lange nicht mehr Der Crimson Post berichtet nichts Es wird keine Person vermissen Wir haben einen Schlüssel Wir gehen mal Hier hinten lang Punkte haben wir eh nicht so viel Zum Vergeben Und wir öffnen mal das Ding Na toll Was für ein Glück Wir haben doch ein paar Punkte zu vergeben Ähm Ja Ja Ich würde sagen Ab in die Magnum Weil das sind Zu wenige So Was denn Also Schaden können wir nicht Ist 8000 Ist klar Feuerrate könnten wir erhöhen Problem ist nur Wie immer Nutzen wir die Waffe auch oft genug Das ist die Frage Also mal Das Toll Ein Schuss erhöht Super Wir nehmen die kleinen Sachen Denn ich bin Mir nicht sicher Ob wir Die Magnum So großartig benutzen werden Es ist nun mal so Wir haben am meisten Munition für den Revolver Für nichts anderes Das ist klar Das ist unsere Hauptwaffe Ach ne Wir können einmal kurz speichern Dann haben wir das auch getan Ich glaube auf jeden Fall nicht Dass wir Großartig Die Magnum benutzen werden So raus hier Es wird doch gleich Der nächste Kampf kommen Also ich glaube nicht Dass wir Lange es ruhig haben werden War es in dem ganzen Spiel noch nicht So diesmal nicht so gierig sein Und wenn weglaufen Trau dem nicht Da ist er nämlich Oh Was Und wir können uns immer noch nicht heilen Scheibenpleister Oh wir sind mega angeschlagen Angeschlagen jetzt dadurch Ich hätte das nicht machen dürfen Ich muss die Finger davon lassen Können wir nicht noch mal eine Spritze bitte finden Nein können wir nicht Ach du Scheiße Ich muss schnellstens darüber Gucken ob das scheiß Viech da wieder ist Ja natürlich Hallo und willkommen Ich will nicht immer so viel Scheiße sagen Okay wie sollen wir da denn schnellstmöglich rüberkommen Der Bus versperrt uns den Beknackten Weg Wir müssen da rechts rein Kommen wir da rein Ja jetzt kommen wir da rein Jetzt öffnet sich da auch erst was Kopf weg So das Problem ist einfach Das Ding verhält sich mega scheiße Und das andere Ding schwimmt da auch scheiße Wenn wir es hochgehen hören Springen wir Fick dich du Mistviech Erstmal rauf hier Erstmal rauf hier Hier gehen wir Wen haben wir denn da Äh scheiße Wie sollen wir denn Halt durch Hilfe Da sind zu viele Da unten steht auch einer Schwimmt aber nicht dahin Das ist Ach kacke Wir müssen da wieder Oh nein Wie kriegen wir denn den Sensor jetzt ausgelöst Das Das Ding Alter Ravik Rubik Was hast du da für eine Dreckscheiße Du wieder Du kranker Basta Bringt gar nichts Verdammt Wieso öffnet er denn Also ich weiß eh Dass wir gleich drauf gehen werden Das werden wir niemals schaffen Wir können auch hier nicht rüberspringen Oder Nö natürlich nicht Ja genau Wir müssen unten rein Oh Was ist das denn Ey Spiel Du machst so einen Sinn Wir sind so blöde Hier über die Brüste Zu sprengen Hm Das ist ne miese Nummer Werden wir sterben Ich hab nämlich keine Idee Wie das funktionieren soll Ohne drauf zu gehen Jetzt müssten wir eigentlich zum anderen Fahrzeug Da hinten rüber Wo das Vieh schwimmt Das ist das Problem Es taucht da auch immer wieder auf Es schwimmt nicht nach links oder so Das wird uns eh kriegen Macht euch drauf gefasst Da kommt es schon Wir haben keine Chance Gar keine dagegen Scheiße Scheiße Wir fangen bestimmt jetzt auch wieder beim ersten Punkt an Oh ne doch nicht Wir dürfen hier anfangen Das ist auch so ein kleiner Mini-Hubs für den Fuck Du sollst da aufs Auto rauchen Wir schauen uns das Ganze natürlich erst wieder an Wir locken erst das Vieh gleich Okay Oh oh Das war zu spät Scheiße Okay Okay Wir machen es nur mit einem Jetzt schießen nicht beide runter Wir schießen nur den Ersten rechten runter Ist die einfachere Lösung So Erst den Wir ins Wasser Schwimmen mein Freund Schwimmen 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 Auf da So Wir hätten auch jetzt sofort reinspringen können Aber ich wollte lieber eine Runde warten Guten Appetit So Und zwar Jetzt Was Du Scheißviech Machen wir tatsächlich einen Ticken zu schnell Also denke ich mal dass es daran lag Ja genau Hier können wir gleich schwimmen gehen Komm Alter Kille ich mich nochmal für Das war ja jetzt Los Das war die reinste Munitionsverschwendung Okay Nochmal Einfach auf dem Körper Reicht nämlich auch Keine Ahnung Er war zu nah anscheinend Hier vorne Dass er Uns deswegen Sofort ins Visier genommen hat Wir sollten vielleicht gleich reinspringen Wenn wir den da abknallen Das Problem ist Jetzt geht das Tor um Wir stehen ganz gut Wir brauchen uns keine Sorgen machen Das Ding ist auch ganz merkwürdig In seinem Verhalten Das sind zwei Das ist das Problem Ja genau Oh Waren wir doch so low Wir brauchen uns nicht bitte Das ist das Problem Wir brauchen uns nicht Wir brauchen uns nicht Wir brauchen uns nicht